hallo liebe freunde da draußen herzlich willkommen zu partnummer 8 von banana man 91 natürlich nicht mördert so das respekt ich bin der drücke das ist mittlerweile ich würde sagen wir spielen auch weiter kein langes gelaber eine halbe stunde gestartet im letzten part ist sie gute zeugen wie er sie immer so schön nennt oder das mädchen uns durchs fenster entwischt hat es dabei geschlossen und wir kommen ja nicht raus sofern die tür geschlossenen gescheuert fenster wie ihr wisst das heißt wir müssen jetzt irgendeine öffnung finden mit der wir rauskommen da zum beispiel unsere aufgabe ist jetzt natürlich sie zu verfolgen ich rate mal sie ist zum museum aufgebrochen ich weiß es natürlich nicht das ist eine vermutung da ist ja schon so leicht kommst du mir nicht davon wenn dir so viel an dem fall liegt dann finde deine eigenen beweise ohne mich wirst du deine mutter nicht finden was bringt sie dazu mir zu helfen und die zur mutter der zeugen motiv des mörders ausgereiht nein mutter der zeugen der ziel ort der zeugen identität des mörders mutter der zeugen identität des mörders motiv vielleicht ich habe keinen plan ich weiß es nicht das könnte das sein oder das notiz der mutter der zeugen kann die aus sein aber das weiß sie ja selber hat sie das selber gelesen ich nehme das das buch zu den glockenmörder holen jetzt empfinde das buch wer wir sind naja das hat sie ja schon das haben wir ja schon gemacht mörder war vermutlich auf der suche nach der mutter der zeugen warum sollte sie ein ziel sein ja ich nehme das ist natürlich falsch war nämlich die notiz das ist wieder dumm geh jetzt finde mein buch im polizeirevier und schau nicht zurück ok hör mal deine mutter schrieb das buch um zu helfen den mörder zu fassen aber es wird dir nicht sagen was hier passiert ist die antworten auf unsere fragen bekommen wir nur wenn wir den mörder finden ich brauche einen helfer in der welt der lebenden und du brauchst einen detektiv ihr letzter fall ashland hills friedhof sie können es nicht sehen aber es ist da was keine ahnung schätze man hat gedacht dort gäbe es einen fall der mit dem glockenmörder zu tun hat die kopfse anders anders gut dann gehen wir als nächstes ashland hills wir komm schon wir brauchen einander du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich von mir aus partner ok fürs erste der moment ist alles worum ich mich sorge ronan mein name ist ronan o'connor ich ich bin joy ernst ist ronan etwa besser haben deine eltern gedacht dass du mal ein gladiator wirst wir gehen also wirklich auf einen friedhof ja ich muss was erledigen schlag vor wir treffen uns dort nein 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 du lässt mich nicht schon wieder wenn du mir folgst kannst du unsere abmachung vergessen wenn es so sein soll dann sehe ich dich dort wenn nicht dann nicht du bist die einzige lebende die mir bleibt da oben da müssen wir hin ok eigentlich können wir uns direkt dorthin begehen weil ich hab mich ja hier schon zur genügung geschaut ach dieses grockel geht mir so auf den sack ich wüsste jetzt gerne wo die äh baugröse waren die das waren wo man wo eine katze immer davor saß wo man nicht hochkam weil da oben lagen ja zwei notizen aber ich hab echt keine ahnung wo das hier jetzt war und die krise hier ist es schon gefunden denn die können wir ja bewegen denn die können wir ja bewegen es geht hoch hä wieso können wir denn da jetzt noch so da sehr gewöhnlich bedürftig die Steuerung ist jetzt nicht unbedingt optimal ach, die kann sich ja hoch kreien, stimmt ja ah, ok noch vier Stück die nennen wir natürlich auch aber wie kommen wir da hoch wieso kann die Katze da nicht rauf, das verstehe ich nicht müssen wir hier extra rüberspringen oder was tatsächlich, so ein Schmarrn ey so, das hätten wir mehr wollte ich gar nicht da sind hier irgendwo noch drei weitere versteckt ich habe schon der Durst mein Herr ich habe das immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet jetzt ist es nur noch der Ort an dem sie begraben ist schätze ich werde hier auch begraben aber es ist für uns beide kein Heim nur der Ort an dem sich andere an Vergangenes erinnern hm wir unauffällig so 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 oh was ist das denn boo klasse noch ein gruseliges geistermädchen das mich verfolgt hm 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 tut mir leid, dass es so lange her ist Julia Ja, ja. Ach, ins Wasser kann er nicht. Ach, das sind ja nicht Geist, äh, Dämonen. Ah, auf die schnelle sehe ich keinen. Was ist das denn da? Ah, das Plätschert einfach nur anscheinend. Und da ist schon wieder jemanden, dem wir helfen können. Vielleicht. Schauen wir mal. Hier auch wieder so dumm, ne? Nicht vorhandene Logik in solchen Sachen. Ist das in Ordnung? Alles okay? Ich, ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Bis ich wieder hochkam, war sie weg. Hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht eine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Vergiss es. Ich weiß, ich sollte gehen. Aber vielleicht kommt sie zurück. Was macht er denn da? Achso, das ist sie. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das mir. Genau. Ich muss ermitteln, ob es eine Verbindung zu den Glockenmorden hier gibt. Okay. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Da ist ein Hinweis. Absperrband. Der Schriftzügel erinnert mich voll an Ethan Carter. The Vanishing auf Ethan Carter. Ein Superspiel. Solltet ihr euch geben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Sieht unfassbar gut aus. Ah. Ist das nicht das Mädchen? Was kann ich... Was kann ich hier durch Beobachtung lernen? Dass sie versunken ist. Und zerfetzt. Verstorben. Abgefragt. Geistermann sah Leiche. Aha. Da liegt auch was. Wahrscheinlich auch noch interessant zu sein. Was mit dir? Entschuldige, aber... Hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe. Aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Tsch. Tsch. Da hatte ich auch noch einen Zettel auf dem... Ne, doch nicht. Ist ein bisschen wie heller, ne? Das ist anscheinend... Nichts Besonderes. Und er da hat die Leiche gesehen. Hey du. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding... War neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. Achso. Boah, ich dachte gerade, der bezeichnet das Mädchen als Ding. Schwer zu erkennen. Es ist zu dunkel in den Büschen. Ja, es soll da hinleuchten. Ich habe ja schon verstanden. Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Ach da, guck mal. Das hier? Was ist das hier? Achso, warum ist das hier? Weil da vielleicht jemand begraben wurde? Ah, Seil. Geigen. Geigenseil, meine ich. Oder? Das Seil kommt mir bekannt vor. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Äh, mir nicht. Wo habe ich das schon mal gesehen? Wie ist damit? Muster der Mordopfer. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Hm, dann sagen wir das, Joy. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du, Jenny. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern ist. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße. Vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Oh, sieht die übel aus. Dämonen. Dämonen. Scheiße. Wo denn? Oh, da vorne. Hört sich schon übel an, ne? Was Neues von Sophia? Ha, ha, ha. Oh, ja, Entschuldigung, ey. Eine blöde Kuh, ey. Warum redest du dann mit mir? Ich hab vergessen, wie das geht. Oh, ja. Oh, genau. Oh, ja. Ah, das ist ja. Oh, das nicht funktioniert! Gedrückt halten war das, ne? Ahhhh... Haltest du da her? Hä, da fehlt doch noch einer. Ja, es waren noch drei. Da oben. Ja, komm her, du pisst da. Scheiß, falsche Tasse gedrückt. Man gewöhnt sich daran, dass man X drücken muss. Hat er mich jetzt gesehen? Ja, er hat auf jeden Fall mitbekommen, dass ich ihn lang getatscht habe. Hm. Na gut, noch mal. So. Die wären weg. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal... So, genau. Hier fängt das Gebiet an und dann schauen wir doch mal rum. So, genau. Kleiner Zettel. Da kann man noch was... Ach, ablenken. General Rabe natürlich. Hätte man machen können. Geisterfriedhof. Da ist sonst nichts. Gehen wir da mal lang. Okay. Da werde ich gleich noch mehr an. Was sind die vor? Ich weiß, es ist Stahl oder Eisen oder so, aber... Aber... Zaun, oder? Ich meine, wie viel kann das wiegen? Wir hätten ein Brecheisen mitbringen sollen. Na klar. Wir schleppen ab jetzt immer ein Brecheisen mit, wenn wir nach Boston trampen. Und das mitten in der Nacht. Beweg einfach deinen Arsch hier rüber. Hey, entspann dich. Denk dran. Die ganze Sache war deine Idee. Verdammt! Das Teil muss zugeschweißt sein oder so. Nein! Ich... Das wird nicht gut ausgehen. Bessen Idee war das. So viel Spaß hatte ich... Noch nie. Wenigstens gibt's dann später was zu erzählen. Was sollen wir machen wieder... Ooohhohohohohohoho... Hey kleine. Wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Habe sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bayonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Ja, total. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich habe es nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Hohoho, gut, dass du top bist. Okay, okay. Heikles Thema. Versteh schon. Schön, dass du nicht mehr unter uns warst. Ich würde ihm die Kehle durchschneiden, oder? Wie ist er denn drauf? Das ist die Olle, ja. Das ist die Glocke, oder nicht? Die ist nach oben gelaufen, ne? Ja, ist jeder einste Weg. Oh, ruckelt er schon wieder, ey, ist zum Kotzen. Vielleicht kann ich helfen. Verdammt! Was stimmt nicht mit dem Ding? Was meinen Sie? Er scheint seine Funktion zu erfüllen. Es soll die Leute wissen lassen, wer ich war. Aber ich war nicht so. Nicht so dreckig. Ich war einflussreich und reich und sauber. Ich wusste, wie wichtig es ist, den Schein zu wahren, und deswegen genügt das hier nicht. Es muss besser aussehen als die anderen. Ich bin nicht wie diese Verrückten. Wenn Sie wüssten. Was? 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 Was ist denn, wenn Sie sorgen um den Ruf nach dem Tod, ja? Der hat ein Beil in der Hand. Wir befinden uns hier im ältesten Teil des Friedhofs, der um 1660 gegründet wurde. War das vor- oder nachprozessen? Hast du ein Problem? Könnte man so sagen. Ich war ein Metzger, bevor dieses Miststück Hummeln im Hintern bekam und rumschnüffelte. Leute kamen von weit her, um bei mir einzukaufen. Ich bekam mehr Auszeichnungen, als ich an der Wand aufhängen konnte. Dann verschwindet ihr kleiner Junge und auf einmal bin ich in der Todeszelle. Lass mich raten, du hast ihn umgebracht. Ich hab ihn nicht getötet. Ich hab nie einen von ihnen getötet. Das hab ich meinen Schweinen überlassen. Also wirst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen und dann? Ganz einfach. Ich frage sie, wie ihr Sohn geschmeckt hat. Ist ne witzige Sache bei Schweinen. Du wärst überrascht, wie sehr ihr Futter ihren Geschmack beeinflusst. Ich hab gehört, da draußen gibt's einen besonderen Ort, der für Monster wie dich reserviert ist. Die können auch untereinander interagieren. Wieso haut er ihnen keine rein? Ja, ja. Einverdammter Wechsel. Es gibt hier so viel mehr als Hexen. Warum traten hier so viele Erkrankungen auf? So eine kurze Führung. Tja, es ist ja auch schon spät. Ob es da drin wirklich spukt? Es lief mir kalt den Rücken runter. War das ein Geist? Wer weiß, wer weiß. Noch zwölf Stück gibt's von denen. Haarkranz. Oh. Was ist das denn da? Oh, Mann. Was ist das? Raten, da kann ich nicht durch. Ach, da ist weg. So ein Geisterhaus. Ach, hier, so ein, so ein, so ein Krieg, so ein Lazarett, oder was? Dr. Trotter Befunde. Wer ist denn Hand? Oh, tatsächlich. Wer ist denn Hand? Was ist das? Ah, nun, das war nur ein Opfer im Namen der Wissenschaft. Ein Opfer aus Fleisch? Klingt mir nach Bodo als noch Wissenschaft. Manche mögen es so nennen, aber sie vergessen den Zweck der Wissenschaft. Die Welt, um uns und die Kräfte, die sie beherrschen, zu verstehen. Nur weil die Forschung manchmal etwas unappetitlich sein mag, sollten wir uns nicht abwenden. Abgesehen davon habe ich jetzt viele Exemplare zum Arbeiten. Ah. Sie haben an diesen Leuten experimentiert? Die meisten sind ohnehin so gut wie tot. Ich rette, wen ich kann. Der Rest wird sinnvoll eingesetzt. Das waren Menschen, keine Versuchskaninchen. Naja, wenn es ihnen nichts ausmacht, ich habe zu tun. Ja, halbe Stunde ist wiederum. Lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Liebe Freunde, eigentlich könnte ich jetzt gut aufhören. Aber ich möchte zumindest hier nochmal ganz kurz gucken. Da sitzt auch noch wer. Ja, und warum sind die Leute krank? Sag ich doch. Bitte, bringen Sie mich hier raus. Es ist nicht das, was Sie sagen. Nicht mit ihm hier. Dr. Trodder. Ich verstehe nicht. Du meinst, das war kein Lazarett? Was war es dann? Ein Schlachthaus. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das tue ich wirklich. Es tut mir leid. Hä? Wieso geht sie nicht einfach? Und wieso kann er ihr jetzt nicht helfen? Verstehe ich nicht. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausrechnen, wie das funktioniert. Hahahaha. Hat der Wege gedrängt, um eine Ziel-Mergierung anzuzeigen. Bewege die. Na, 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 na. Teleportieren. Okay. Didi, teleporte. Oh, es öffnet ganz viele neue Wege, ey So, wir gehen jetzt doch noch mal Hier ist die langgelaufen, ne? Ein Grammophon Hat er beobachtet Das reicht ja noch schon für ihn Doch, 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 doch Da noch wieder schaufeln Das sind ihn allerdings nicht Ach, das kann man so auf Dächer, ey Komm, hör mal auf Na gut, ich würde mal sagen Hier so, 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 so Hören wir jetzt mal auf Kann man speichern eigentlich? Nein, nach Checkpoints wieder nur Ist egal, ich beende das Spiel jetzt Das ist doch was Doofe bei solchen Spielen, ne? Das ist so seit der Konsolen-Ära Das ist der einzige Nachteil Den es so gibt, seit es Konsolen gibt Obwohl das höchstwahrscheinlich auch gekommen wäre Oder hätte es keine Konsolen gegeben Diese ist kaum noch manuell safe Man gibt eigentlich fast gar kein Spiel mehr Wo man selbstständig speichern kann Das ist sehr schade, dass das Heute Tag nicht mehr geht Es ist fast alles nur noch mit Checkpoints Vorgesehen Und ja Das ist für mich das Einzige Worüber sich die ganzen PC-Only-Spieler Beschweren könnten Meiner Meinung nach Sonst gibt es meiner Meinung nach Keine Nachteile Für PCler Nur weil es die Konsolen gibt Auch wenn die Technik dadurch Ein bisschen gebremst wird Wayne So viel mal dazu Ist egal Ja, solltet es euch gefallen haben So wie mir zum Beispiel Dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben Da ihr dürft natürlich auch gerne abonnieren Habt ihr das noch nicht getan Wenn ihr möchtet Und keine weiteren Videos zu verparschen Und ja Social Media Links zu Facebook Twitter, Twitch Oder zum Spiel Oder zum Hersteller Den es nicht mehr gibt Der Hersteller ist mit diesem Spiel pleite gegangen Glaube ich Nicht der Hersteller Der Entwickler Der Hersteller ist der Square Nichts, die gibt es ja noch Aber der Entwickler selbst Ist glaube ich pleite Oder wurde mittlerweile schon wieder aufgelöst Ja Zwei Diener erstes Spiel Dafür Dass wir immer was denken Wenn ein Entwicklerstudio Das erste Spiel programmiert Und es ist gleich sowas Dann ist das eigentlich schon sehr beeindruckend Auch wenn das seine Schwächen hat Und dann ist es danach gleich wieder Aufgelöst worden Sofern ich jetzt nicht total falsch informiert bin Wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle Schreibt das immer gerne unten in die Kommentare Ihr dürft mich gerne verbessern In allem möglichen Was ich von mir gebe Habt da keine Scheu Tut das gern Ich nehme das dann auf Korrigiere das Dann im nächsten Video Und dann ist auch alles gut Und ja Genau Ich war bei den Social Media Links Ich hoffe natürlich auch Wir sehen uns dann Geschweige denn hören Und dann auch Im nächsten Part Wieder Bis dahin Habt noch einen schönen Tag Und eine hohe Sommernacht Hau rein Tschö Bis dahin 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 Outro Outro